Science Fiction mit mittlerem Budget, sozialkritischer Komponente und Anspruch. Daniel Kaluuya hat sich für sein Regie-Debüt The Kitchen viel vorgenommen. Bei der Premiere hat der Film bereits das Londoner Festival-Publikum versucht zu überzeugen. Nun geht es bei Netflix an die globale Öffentlichkeit. Lohnt sich ein Blick? In England in einer dystopischen Zukunft. Die steigenden Immobilienpreise und die Abschaffung des Wohlfahrtsstaates haben London in einem Spielplatz für Milliardäre verwandelt und die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinander gehen lassen als jemals zuvor. Ohne den sozialen Wohnungsbau sind in der Stadt nur slumartige Hochhäuser wie The Kitchen übrig geblieben, mit überwiegend schwarzen Bewohnern der Arbeiterklasse, die sich weigern, den Ort zu verlassen, den sie ihr Zuhause nennen. Easy arbeitet in The Kitchen für das Bestattungsunternehmen Life After Life, das einkommensschwachen Familien anbietet, die Überreste der Verstorbenen nach ihrer Einärscherung als Erde für Setzlinge zu verwenden und ihnen damit eine Gedenkpflanze zu setzen. Easy hat sich nicht mit einem Leben in dieser heruntergekommenen Wohnsiedlung abgefunden und spart, um nach Buena wiederzuziehen, einem eleganten Hochhauskomplex in einem anderen Teil der Stadt. Eines Tages bemerkt Easy bei der Arbeit, dass einer der Gottesdienste in der kapellenartigen Gedenkzone von Life After Life einer Frau namens Toni gewidmet ist, mit der er früher ausgegangen war. Außer ihm ist nur deren zwölfjähriger Sohn Benji bei der Gedenkveranstaltung. Auch wenn ihr Tod plötzlich kam, konnte sie ihrem Sohn noch ein Geburtstagsgeschenk einpacken. Es handelt sich dabei um ein rotes Fahrrad, mit dem sich Benji in The Kitchen auf der Suche nach seinem Vater macht. Easy und der Junge freunden sich an und er überlegt sich, wie er ihm eine bessere Zukunft ermöglichen kann. London ist nicht nur eines der weltweiten Finanzzentren, eine Metropole mit einem Dutzend Profifußballvereinen und die Heimstätte des englischen Königshauses, sondern auch einer der größten Schmelztiegel kultureller Gruppierungen mit einem wahnsinnigen sozialen Gefälle. Die Wahl also in der britischen Hauptstadt dieses Szenario zu platzieren, ist nicht nur wegen der Intelligenität Londons logisch, sondern auch weil das, was in diesem Film offensichtlich als gesellschaftskritischer Kommentar transportiert werden soll, exakt hier nahezu schon in der Echtzeit Realität ist. Viele Science-Fiction-Klassiker gaben eine klare Jahreszahl an. The Kitchen nicht. Es ist also der Imagination der Zuschauenden überlassen, wie futuristisch und wie beängstigend aktuell die gezeigten Zustände eingeordnet werden. Ja, es gibt techno-futuristische Elemente, die noch die Verortung in der Zukunft unterstreichen sollen. Doch weit entfernte Zukunftsmusik, wie beispielsweise zuletzt im Peripherie, ist das hier nicht. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass man diesem Film doch anmerkt, dass die Mittel begrenzt waren. Das soll jedoch gar keine Wertung sein, ganz im Gegenteil. Mit wenigen Effekten aus dem Rechner bewirkt man doch ein starkes Worldbuilding. Die Missstände sind spürbar und bedrückend, was den Science-Fiction-Part immer wieder ausblenden lässt und Erinnerungen eher an aktuelle Milieustudien, die den Finger in die sozialen Wunden Frankreichs legten. Le Miserable und Athena lassen grüßen. Die Story per se ist dann nicht allzu innovativ und mehr Vehikel für ein paar Ideen, die die Macher unbedingt in bewegte Bilder packen wollten. Die Chemie zwischen Easy und Benji kaschiert das einigermaßen, so dass man darüber hinwegsehen kann, dass man derlei Geschichten schon so oft sehen konnte. Dass vieles Reminszenen aufploppen lässt, liegt mitunter auch daran, dass The Kitchen wie ein Schmelztiegel aus Versatzstücken daherkommt. Eine eigene Identität fehlt. Inhaltlich hätte man es auch im Kurzfilmformat verpacken können und hätte damit womöglich die substanziell dünne Plotdecke nicht ganz so offengelegt. Mehr als von seinen inhaltlichen Werten lebt dann Kaloujas Regiedebüt vom stimmigen Korsett, in das man die Versatzstücke gepackt hat. In die Odyssee der beiden Zufallsgefährten wurden einige toll anzusehende Locations eingebaut. Eine aggressive Grundstimmung durchzieht die ganze dystopische Seite Londons und die Einzelschicksale. Die man abbildet, werden in wenigen Einstellungen greifbar. Damit beweist der Star aus Get Out seine Händchen, aber eben auch, dass dieses Talent noch der Schärfung bedarf. Mit dem Rapper Kane Robinson in der Hauptrolle, die zugleich dessen Schauspieldebüt ist, werden viele schwerwarben werden. Ja, Easy hat schon eine gewisse Ausstrahlung, aber um diesen Film auf seinen Schultern zu tragen, fehlt das gewisse etwas. Jediah Bannerman hingegen hat mehr emotionale Fläche, um anzudocken und ist damit als Herz der Geschichte überzeugend. Der Rest im Cast fällt kaum länger auf, auch der vermeintliche Antagonist ist schnell vergessen. Etwas viel schwerer für einen Unterhaltungsfilm. Da die Tonalität hier von vorn bis hinten durchgezogen wird, sorgen lediglich der tolle Soundtrack und die natürlich naive Positivität der jungen Figuren für gelegentliche Auflockerung. Die permanente Schwere macht es stückweise etwas schwer, den Unterhaltungsaspekt noch als solchen zu identifizieren. Das ist eine Entscheidung, die es zu respektieren gilt und womit The Kitchen quasi zum Gegenstück oder der perfekten Ergänzung zu Attack the Block wird. Unser Fazit zu The Kitchen The Kitchen erzählt eine vorhersehbare, aber bewährte Formel mit ebenfalls bewährten Mitteln, aber in einer stimmigen Kombination. Für einen Low-Budget-Science-Fiction-Film und zumal ein Erstlingswerk mit fast ausschließlich unerfahrenen Schauspielern sieht das gut aus und bewirkt durch die richtige Dosierung seiner kritischen Elemente auch die intendierte Wirkung. Ganz emotional schafft das Drama nicht einzuschlagen, aber die Ansätze, die deutlich vorhanden sind, genügen, um den Film eines Blickes zu würdigen. Dirk 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 Untertitelung des ZDF, 2020